Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ging unser Ausflug mit der Kamera in den Nordsternpark. Der Nordsternpark ist ein Landschaftspark auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Nordstern in Gelsenkirchen. Die Zeche Nordstern wurde 1868 in Betrieb genommen, Betriebsende war 1982. Der Nordsternpark war einer der sieben Höhepunkte der Ruhr 2010. Der denkmalgeschützte Turm von Schacht 2 der Zeche Nordstern wurde im Rahmen des Projektes Ruhr 2010 um vier gläserne Etagen aufgestockt und mit einer Statur versehen. Die Besucherterrasse in rund 83 Metern Höhe wurde Anfang Oktober 2012 freigegeben und bietet den Besuchern ein tolles Panorama. Die vier neuen gläsernen Etagen werden von dem Unternehmen VivaWest genutzt. Die Bundesgartenschau 1997 in Gelsenkirchen war der Startschuss für den Landschaftspark. Heute sind hier viele Freizeitaktivitäten möglich. Es gibt Parkplätze, Gastronomie, Grillplätze, ein Hotel und verschiedenste Veranstaltungen. Die Gestaltung des Landschaftsparks übernahm in der Zeit von 1992 bis 1997 das Team von Professor Wedig Predig. Dabei standen gerade Sichtachsen und geometrische Strukturen im Vordergrund. 1996 wurde eine 36 Meter hohe Doppelbogenbrücke aus Stahl errichtet. Sie hat eine Spannweite von 80 Metern und liegt schräg über dem Rhein-Herne-Kanal. Die Brücke ist zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu überqueren. Die Brücke ist gleichzeitig auch das Wahrzeichen des Nordsternparks. Auf der sogenannten Pyramide erhält der Besucher einen fantastischen Rundumblick über Teile von Gelsenkirchen und dem Landschaftspark. Spannend und gelungen ist die Integration der Industriegebäude der ehemaligen Zeche in das Gelände. Hier vermischt sich Nostalgie mit einem modernen Park. Es gibt auch einen 63 Meter langen Bergbaustollen, der besichtigt werden kann. Ehemalige Bergleute berichten hier aus dem groben Alltag. Durch den Landschaftspark fließen der Rhein-Herne-Kanal und die Emscher. Im Amphitheater finden im Frühjahr und im Sommer Veranstaltungen statt. Beispielsweise das Rockhard-Festival, das Kanalfest, ein Open-Air-Kino, das Blackfield-Festival und viele andere Events. Sehr erstaunlich natürlich sind die Teile des Landschaftsparks, die naturbelassen sind. Sehr schön können auch die Schiffe auf dem Rhein-Herne-Kanal beobachtet werden. Der Landschaftspark Nordsternpark in Gelsenkirchen ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder 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 ein Abo. Und dann. Dann. Bild. Bild. Untertitelung des ZDF, 2020